Mit zwei PS durch die Winterlandschaft. Etwas für die ganz bequemen. Eine Kutschfahrt durch die tief verschneiten Wälder am Katschberg. Diese Skiregion ist ideal für Familien mit Kindern. Die Kutsche ist Transportmittel und zugleich Österreichs erster Biolift. Gerne zieht der Kutscher Anhalter mit ihrem Snowboard oder Ski den Berg hinauf. Was aus einer Schnapsidee geboren wurde, stand irgendwann einmal in der Zeitung und ist jetzt zum Markenzeichen des Katschberg geworden. Für den Dackel gehört die Kutschfahrt inzwischen zu seinem täglichen Fitnessprogramm. Die Anfeuerungsrufe aus der Kutsche sind ihm sicher. Und ein paar Leckerli auch. Ziel der Fahrt ist eine im Winter bewirtschaftete Almhütte. Doch bevor sich der Urlauber in der Hütte verwöhnen lässt, sollte er einen Blick durch dieses stilisierte Fenster werfen. Diesen Panoramablick bietet sonst kein Fenster. In der Hütte ist erst einmal Erwärmen angesagt. Eine dampfende Bulaschsuppe ist schon einmal eine gute Grundlage. Der Jagertee wärmt innen und außen. Der Hüttenwirt hat alles zusammengetragen, was früher zu einer zünftigen Almhütte gehörte. Egal, ob es eine zünftige Brotzeit ist oder eine deftige Kärtnerspezialität. Der Einkehrschwung in die Hütte ist auch bei den jungen Gästen beliebt. Auch die Preise sind hier noch moderat. Das Tüpfelchen auf dem I bei dieser Kutschfahrt ist dann ein Kärtner Zirbenschnaps. Er bringt Sonnenwärme in die Wintertage. Wohlhaelschen von der Hütte ist da, wenn es ein Kandidat ist, ist die Kandidat. Sie müssen die complexion Untertitel ins nhiệmlichen Mittel. Wir haben die Kandidat durch diesen Kandidat durch die Kandidat. Und dass wir also pokonischen Kandidat durch die Kandidat. Wir werden auch hier in den Schreiber in die Kandidat. Und dass wir also in den Kandidat sind nicht in den Kandidat bekommen. Hier werden die Drain crops ein und in die Kandidat auf Und da die Kandidat, der Kandidat und ich sage, dann Mediterraneanك. Untertitelung des ZDF, 2020